Sie sind hier, vergrößern, verkleinern Der Vertrag von Dieter Hecking bei Gladbach läuft noch bis 2020 Urheberrecht Getty Images Gladbach-Trainer Dieter Hecking traut sich den Job als Trainer der deutschen Nationalmannschaft zu Er könnte sich dies als Job durchaus vorstellen Trainer Dieter Hecking vom Bundesligisten Borussia Mönchengladbach kann sich ein späteres Engagement als Bundestrainer gut vorstellen Warum denn nicht, sagte der 54-Jährige dem Kölner Stadtanzeiger Ich habe zwei Drittel meines Lebens hinter mir, war Profi, habe eine Sportmanagement- und eine kaufmännische Ausbildung abgeschlossen und war über 13 Jahre Cheftrainer in der Bundesliga Daraus entstehe die Frage, was hält das Arbeitsleben für einen mit Mitte 50 noch bereit, was könnte mich nochmal reizen Und da könnte für mich zum Beispiel auch der DFB eine interessante Geschichte werden Wenn die Notwendigkeit besteht, im Moment bestehe diese allerdings nicht Natürlich ist das jetzt noch zu weit weg, sagte Hecking, verbunden mit einem Lob für Joachim Löw Außerdem haben wir einen sehr guten Bundestrainer Heckings Vertrag mit der Borussia läuft bis 2020 Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal